b so hallüchen und guten abend meine lieben leute die komischen zu freuen vorhanden immer so halb genau man hört mal wieder alles so Expositionen ja ich hab mich dafür entschieden hier jetzt heute gerade ein Fortnite-Live-Stream noch zu machen eigentlich auch wegen der Watch-Time, ne? also und um einfach nur die Aufgaben zu machen die täglichen, die ich noch habe alles andere ist mir egal wenn ich hier zu viel vollgequatscht werde, hallüchen dann werde ich die einfach verschlafen werde ich die einfach stummen, ne? weil ich habe gerne meine Ruhe am Abend ist einfach so 99% ne, da muss ich ihn ändern ich bin's Blacky, okay wie geht's? bisschen müde, aber sonst geht's so normal 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 eigentlich alles normal wie immer so und wie geht's euch so? alle fit 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 und munter oder nur munter und fit noch nicht na, okay, nichts spezielles da, was gibt's denn tägliche Nahkampfhügeln töten Teddybären und Soldaten und Soldaten, okay gut, ja, das hört man auch gerne so, was können wir denn eigentlich heute machen? ja, stimmt WIVAX-Mission habe ich auch noch nicht durchgefahren aber gibt's wahrscheinlich wieder so gut wie nichts ich habe das Gefühl wann könntest du mir bisschen helfen, weil ich brauche halt bisschen Hilfe also den was jetzt in RDW? und sag bitte nicht, äh SSV bauen oder äh Ausdauer da, da geht da gehen meine gedulden Flüten Nein, gut gut, was? so ich schaue einfach mal wieder alles bisschen durch eben die Frage ist, wo du genau Hilfe brauchst ich meine, mir ist völlig egal welche Mission ich hier mache also solange ich eben nicht irgendwie eine Sturmschöpf-Verteidigung für ein paar Stunden bauen soll da kannst du mich nicht brauchen ja, wenn du sie, wenn ich sie nur verteidigen muss, ja, dann ist es kein Problem öffentlich drin okay, ich glaube es gibt keine WIVAX-Mission und wenn dann vielleicht noch bei TWINE PEAKS wird ja langsam auch langweilig haha ich bin mit Fortnite halt einfach durch wirklich neu, naja hier kann man von nichts mehr reden in Fortnite wo bist denn du? im Steinwald Plankerton Brutal ja, schick mir einfach eine FH, dann nehm ich die an wenn du die noch nicht geschickt hast ok 150 plus eh 150 plus 130 plus oh ne heute gibt es nicht, keine WIVAX-Mission ich frage jetzt halt, ob du gerade online bist, ne Also ich kann Na, ich hab zwei bekommen Einsamer Tod Von dem kriege ich irgendwie jedes Mal Ne Ding Also hast du deine geschickt oder Oder nicht Also hast du deine geschickt oder Was, sie aber nicht da Kann ich die nochmal zurückgehen hier Annehmen Ich mach die immer mal zum Gruppenmann für Aber ich find das auch wieder super hier, ne? Jetzt kann ich hier wieder nicht zurückgehen Also Epic ist manchmal schon Epic Fail So, ich brauch einen Soldaten also Es gab ein Problem Spiel wird Okay, rausgeflogen Ich muss eben mal kurz Spielmodus auswählen So kann ich auch wieder zurück So Einmal ablehnen Die schicken mir jedes Mal irgendwie ne FH Ich lehne die aber jedes Mal ab Ähm Ich tu das nochmal Ja Glaube ich jedenfalls Wenn nicht dann Pech Wenn nicht dann Pech Hallo Hallo Hallöchen Hi So, jetzt geht's Hi Das ist wie anders da, ok Gut Gut Jo, dann geh ich Ne, ich will jemand anderem gerade hier in Sturmschiff helfen Sorry Hallo Hallo Das sind's Das Problem ist, dass jeder hat irgendwie einen anderen Namen im Spiel als in Epic Games daher weiß ich doch das nicht genau So So, läut mich einfach nochmal ein oder so Oh, jetzt hier Ok Hallo 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 Guter Fail, ne Ich drehe dir einfach einem anderen bei Ja gut, ich weiß halt nicht, wer mir gerade beigetreten Manche haben eben Ich hab die ganze geschrieben Ja, ja, ich weiß schon Ne, ich find das halt auch schwer, wenn jeder irgendwie Auf jeder Plattform wieder anders sich nennt, ne Ok Ich kenn eben viele, die heißen beim Epic Games Namen völlig anders, als sie im Spiel dann heißen Mhm Und ich hab jetzt nicht darauf geachtet, was für ein Profil-Ding du da hattest, also Also, Icon Ja Banner, was auch immer Wie lange zockst du schon vor Ort, Mild? Ich? Seit Season 3 Ok Ok Aus 2018, ne? Mhm Und die Erde, wie hab ich seit Season 5? Ok, ich hab seit, äh, vorgestern schon Ok Oh, du bist ein Plänketer, was ich weiß Also, ich hab einen Typen kennengelernt, gesendet Der hat ein Bruder und der hat mir einen Totenkrieber geschenkt Ok, na gut, das ist jetzt nicht wirklich besonders gut, aber egal Ja, aber ich benutze es noch nicht, weil, ja Ich hab vieles wiederverwertet anscheinend Ähm, musst du kurz ne Ich mach kurz ne Falle So Hey, mein PC hat sich aufgegangen Ok, ja gut, manchmal, äh Ah, nein, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr Manchmal packt Vorurteid ein bisschen herum Ja, ja, ich weiß schon, aber vorhin, ne? Wo ich aus der Gruppe rausgeflogen bin Jetzt hängt es schon wieder So, jetzt ist es nicht mehr Hä? Hä? Das war jetzt gerade das erste Mal bei mir So So Ich weiß jetzt nicht Ich weiß jetzt nicht Hätte, das 219 und die 300? Kein Sinn Egal Auch mit Türen sind es 290 Okay, gar Bin ich nicht drauf geachtet Ich habe jetzt nur mal eine Probe-Runde, ich will ja nur schauen, wo die Zombies kommen, die kommen als erstes von Süden, weil ich weiß nicht, ob die von den anderen Richtungen auch kommen. Ja, kommt darauf an, wie viele Wellen es sind. Also früher habe ich das auch nicht kapiert, aber du musst eigentlich, im Prinzip ist es immer so, entweder Süden, Westen, Neuen oder Osten kommen die. Ja, hi Tyler, wie geht's? Schauen wir noch, ob ich noch was bekommen. Nee, okay. Starten mal. Westen. Westen. Westen, Westen, hoha. War das nicht so das Problem? Sie sind immer so verschieden. Meine Drohne erledigt schon mehr oder weniger alles. Hm. Und nicht wundern über diesen Ton, äh, ich bin Soldat und ich habe Captain Blackbeard's versteckt, deswegen spawnen hier auch Drohnen. Aber die kannst du nicht öffnen. Die kann nur ich öffnen, weil ich dieses Ding habe. Also, dieses Setup, kannst du bei Annahmen, was, Annahmen? Kannst du beim Annahmen? Hä? Ich weiß nicht, was er meint. Oder, ne. ... ? ... ... ... ... Hi, Anna. Annehmen. Was annehmen? Ich hab nichts. Gruppenbeitrittsanfrage. Ach so. Wie alt bist du eigentlich? Was denkst du? 18? 19? Nee, älter. 30? Ja. Oh, okay. Ist halt so die Frage, ob du willst, dass noch andere Leute hier hineinkommen? Also mir ist es ja relativ egal. Außer wenn die nicht so gemein sind halt. Außer wenn sie nicht gemein sind. Also wenn sie gemein sind, dann dürfen sie... ein bisschen reinzeltest, ein bisschen Schimpf oder sowas. Ach so. Hahaha. Ja. Äh. Was bringen eigentlich diese Geschenke, diese grünen Geschenke an? Die kannst du aufnehmen. Du meinst die Geschenke, die manchmal in der Zone herumliegen, oder? Oder was für Geschenke? Jetzt ruckelt es nicht so. Ah, jetzt kann ich es annehmen, okay. 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 Wo bist du eigentlich? Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Tag. Guten Tag. Es geht. Nichts Spezielles. Guck mal. Du wirst nicht so sagen. SCHT. NICHT. Guck mal. Ich guck dir das nicht. Guck mal. das problem ist er hat ja noch nicht richtig viele mitte wie geht es dir ja es geht so so ist müde wie immer eigentlich als ich nun mal wo ich von der schule richtig genervt war das war nicht mal wie ich genervt war tut mir leid wenn es ruckelt wegen den dingern hier ne also falls es ruckelt wegen dem falls es mal wegen dem ruckelt ja irgendwie gesagt ich habe irgendwas anderes manchmal nee er hat bei ihm läuft es halt irgendwie nicht so flüssig also vorhin rausgeflogen er ist vorhin rausgeflogen also er wollte die mission starten und sein pilz hat sich aufgehangen hey ich kümmer das leckt sich das leckt auch diese meteoriten für mich nicht bei mir läuft alles flüssig das ist halt so diese ruckeln auch halt näher aus oder wie heißt er ja ich konnte gerade nicht reden kann ich noch wo ich von der schule kam und richtig genervt war ja was weiter das war nicht gleich schön wie genervt ich da war ja ich weiß dass ich über den einen typen auch ziemlich aufgeregt er hat nur er hat behauptet er hat nur geschrieben dass er geschrieben hat ob die näher der weg kommen ist noch nicht er halt die klappe ist und wenn du nochmals schreibst ja ich weiß ich glaub ich hab's maul geschiebt und so was ja irgend so was ja klappe und maul ist doch fast dasselbe eigentlich ist es selber aber ja ich spore hier alles mit ich spore hier alles mit warum schreibst du jetzt eigentlich erst schon nicht kannst du nicht irgendwann früh sein explizieren also wundersieht wie das leitert dem sich selber so jetzt gar warum nicht 8L 아니야 kenn kann ich noch gar nicht was ich kann keine Erdiener aus Rdb naja kannst du mich pushen warum wieso soll ich dich pushen was weil ich kann mich immer sie mir geholfen bitteschön ein Problem und jetzt hast du verfallen jetzt kannst du mehr bauen also viel Spaß dir und Tyler wann hätte ich denn deiner Meinung nach live kommen sollen wie immer oder was ich war halt bis was weiß irgendwas mit 4 Uhr war ich noch live die zuvor hinten ich hab dich nicht verarscht nein ja ich eh war auf Twitch bis dann live von fast 10 Stunden glaube ich wo ich gestreamt habe ich brauch Batterien was sind das für Batterien was ist denn was ist denn ich hab wieder bescheuerte Kupferweiber bekommen aber ich krieg die nie gut ich krieg die immer in blauen ha 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 gefüllt äh kann man mitmachen max die max die Pommes nein das sagst du jetzt ich mach einfach meine täglichen WeWorks Mission ja mach das für Spaß ja du hast nicht alle auf 140 äh also ich kann sie jetzt schon höher machen mit dem mit dem Überleben verbessert aber das bringt mir nichts Zeit warum kannst du sie nicht höher machen was ist denn ja das sind irgendwelche Anführer die sind bescheuert einfach ach die Anführer sind ja mal anders ja die das ist bei mir auch so alles gut ja aber ich hab zum Glück auch äh letztens noch ein paar 100 äh noch ein paar neue bekommen deswegen hab ich jetzt noch mehr auf 130 äh weil vorhin war vor allem die ganze untere Ding war nur auf 119 ey du willst nicht wissen ich hab alle auf 130 gell weißt was lustig ist ähm hat einer von euch Batterien ja sehr sehr viele eigentlich ok auf dem Amazon Account äh das ist das lustige bei diesen Inventer also bei meinen Helden sind äh ich hab halt warte ich kann ja mal ein Team sagen was ich besonders gut finde es ist wirklich bombe das Team hier einen Überlebenden dreimal hintereinander ja ja gut hier gibt's nie überlegen der ist zweimal drin da ist noch mal wie der andere ist weil ich hab nur doppelte aber es sind tropfen noch gut ja ich könnte dir theoretisch Portorien geben ich hab ein paar mal weißt woher man das sieht dass ich ein gutes Überlebenden Team hab ne guck ich hab jetzt mein ganzes Überlebenden draußen guck ich bin level 50 ohne meine Überlebenden um um und 30 wofür mit mir noch bei einer Mission helfen können wir machen es ist egal Jo okay du brauchst die Batterie nicht können wir nicht die Batterie geben ich hab ich gefragt ob er ob wir wollen und also mir ist es egal kein Nährungs was ist das für ein Back was ist ein Blitz der Unternehmer ja ja und ich hab 100950 geboost ist ja zwei niedriger hä äh wie alt äh uff hinter wo es lebt es lebt hu ich will mit mit welchen mit welchen Waffen spielt die eigentlich am meisten äh stundlich so okay äh oder wie auch immer das heißt ne Sniper jedenfalls nerz ne klang drei klang na egal ähm nerz ja warum beginnen wir die Schule zählern warum beginnt die Schule was muss ich am Mittwoch fertig haben Katze gezeigt ich bin um bekämpft okay steht bei mir ähm das krasse ist ich muss eine Leserolle machen ja ich kann die Batterien geben warte kurz ich muss eine Leserolle ich höre dich gerade nicht das ist sehr schön ja er ist jetzt Batterien oder nicht also ja ich wäre bitte bitte ja eben da kommt zu mir wirst du hier am Startpunkt auch was wir noch mal bauen bitteschön hat gegen jemand nur hundert spielen nee diesen Mund Müll habe ich nicht in 104 was nein es sieht niemand als Müll an aber ich sage einfach diesen Müll habe ich nicht 144 ich habe einen Freund mit 144er Skizze äh ich habe einen Freund mit 144er Skizze äh dieser Typ nein haben tue ich schon aber äh naja Fauchen tut man es auch eigentlich nicht äh ich habe irgendwie an meinen ein Freund der meiner Schule war aber nicht mehr ist leider weil er umziehen musste umziehen musste ach so ich doch so wegen Corona ist er nicht mehr da ne hätte sein können wird sich verarbeiten ja ey heutzutage weißt du überhaupt nicht mehr was wenn du nur wüsstest wenn sie dumm meine Waffe ist die ich hab es hat geleckt es hat geleckt bei mir ich muss Teddybären zerstören ah ja ich muss mir einen Nahkampfaffen gegen eine Tür ich habe mich schon dreimal der PC auf keine Ahnung warum das war das erste Mal berät die Welt hast du ähm hohe Grafik eingestellt oder hast du niedrige Grafik ich glaube niedrig und muss ich die Träger haben weil er läuft es flüssig aus dem Internet ich glaube ich glaube ich bin wegen dem Internet weil es war jetzt gerade nur das erste Mal heute was soll ich können wieder ich hoffe weißt du was ich gut finde dass man Headset nicht laut ist ok weißt warum ne und würdet ihr mal einen Bruder hören wie er Musik hört und vertraut mir das ist nicht schön ich höre irgendwas im Hintergrund ja ja das ist ist es laut oder leise ich höre keine Musik man hört nur was im Hintergrund also ganz leise bei mir ich habe gute Ohren also nicht in allem aber falls bei euch der laut ist muss ich mich leider nein nein laut ist es nicht warte mal ich muss dich kurz stimmen was ist denn ein Gehirr was? das ist ja noch einer das ist ein Zweiatglasser dachte ich nicht ist ja auch Katori 2 ja er kennt sich damit nicht aus ja ich auch nicht mit was ich für eine Waffe hier spiele was ist das hier guck dir das auf was ist das Alter ist doch völlig egal wie die ist weil ich musste ein paar Hühnen der Nahkampfwaffe töten darf man mitspielen nein darf man nicht hier ist übrigens ne Truhe ne tschüss brauchst du Waffen? also ich hab schon von Freunden schon vier legendäre Waffen bekommen willst du ne Truhe haben? da liegt einfach eine ne? ich craft ja mal zwei Waffen zweimal die gut sind ich hab von einem Freund bekommen Totengräber nur einen nur einen ja 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 halt so dann hat er mir ein Schwert gegeben ein Link ja komm mal her hm ich geb dir jetzt mal Waffen mit richtig guten Perks ok nehm die wir sind gut danke also ich helfe jetzt hier einfach jemanden mitspielen können müsst ihr ihn fragen ok seid ihr keine Assi? dann könnt ihr mitspielen nehm die sind ganz chillig welche zwei? das sind Brüder das sind Brüder das macht sehr nett was baust du denn hier? ich baue eine Pyramide noch eine höhere als meine? ok ja eine sehr sehr hohe ah hast du Angst vor dem Typen? ne ich hätte Angst dass sie die Bombe wirft weil es nur Holz ist wie kann man eigentlich Waffen auf höhere also auf 5 Sterne bringen oder sowas? dann muss man halt ein Profi sein dafür auf was willst du sie bringen? auf 5 Sterne halt ach so du musst einfach ein höheres Level sein also desto mehr Missionen du spürst ok ein Freund hat mich jetzt gefragt ob ich ihm bei Flammenfort Unterfangenen helfe Digga ich hab dir vorne Hilfe eingeboten Digga ich hab dir vorne Hilfe eingeboten und jetzt willst du es willst mich fahren Kinder das Ding will mich doch treuen alter ich bleibe dir aber keine fallen ok ich hab dir alle gegeben ach ich kann ein paar unsinnige Fallen platzieren das ist doch nicht so schwer in so einer Zone Digger ich baue einfach ganzer Militärbunker dann kommt es ja mal und dann ist es weg nein du äh hast nicht fand m und geht geht wo setzen wir den Gefallen hin an? also so das ist halt ein ganzer Militärbunker der kann nicht kaputt gehen vertrauen mir Militärbunker sorry nee ach kannst mich mal mit deiner Drohne mit die Drohne ja die nervt mich damit immer bitte bitte und dahinter ein Ödegger bitte 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 hier ist ne Beute also ist jetzt dumm dann ist halt zu dumm kann ich auch nicht dafür soll ich mal die Missionen streiten? nee ich baue noch ok jetzt kann schon wie viel was ja ich lass auf die jungen 440er hatte ich hier gegeben hab ok ach so ich geh zu meiner Böse geh weg meine Pyramide ja meine ist besser ist kleiner schneller gebaut kleiner schneller kaputt oder was? nee kannst du mich kannst du mich auch auch 16 pushen bin schon 14 das ist genug für glaube nee wie alt bist denn du eigentlich äh Tyler was heißt du? äh ich weiß nicht wie alt ich bin hab's vergessen ok gestern waren noch junge zu so alt ne das ist in dem Stil wollen wir schon starten? haben wir schon wir haben doch schon gestartet ach so das ist das ist meine Drohne carried natürlich wieder wenn ich meine Hilfe annehmen möchte der kann es selber machen gell? ne nix mhm ich entweder war's bei einem anderen im stream gell? oder bei dir gell? aber dann kommt so ein Lu NC rein gell? und wollte ähm MSK dann mal ich weiß nicht von wem bei wem im stream das war und weiß was da kacke war er hat mich durchgehend beleidigt bis ich ihnen helfen wollte bei ähm halt MSK gell? ja direkt erstmal blockiert und ganz ernst ich lass mir doch nicht gefallen der gell? ja das war ja schon in meinem stream aber ich hab von dem ja nie was gehört von dem typen du hast nur gesagt er will einen MSK Carry also er hat ja geschrieben eigentlich in den stream um an den MSK Carry mal da wollte noch so eine andere nennen MSK Carry digga und weil mein Maid nicht on ist will irgend so ein Typ mit mir reden der reicht erstmal wieder einen Block rein gepfeffert digga wirklich ich bin so einer ich waschlich bin ich ein Blocker gell? ich gebe dir auch Waffen ne wer schreibt denn die ganze Zeit? ne ja eben ich bin nicht Wörternachschrift schreiben dass das hier flüstern aber egal ey bleibt stehen ihr zwei Hühlen ich muss euch euch verklopfen hier ne so was? gehst du hochlein? nach der Runde ok weil ich ja morgen wieder Schule habe und das ist dann kacke ja so kommt Hühlen ich muss halt für Arbeit ähm halt üben ich muss mein HSK Hefter irgendwie gestalten dann muss ich ne Leserolle machen ich muss halt auch Nahkampf Eliminierungen machen hier hab ich eigentlich vorhin gar nicht daran gedacht dass ich die ja auch mit äh Ding machen hätte können hä wie hast du hier aufeditiert? bei mir kommen urviele zum Milch das ist nicht mehr viel ist nicht das ist überhaupt nicht viel die sterben halt alle ab meiner Base deine Base macht einfach Schaden oder was? hm? macht einfach deine Base Schaden oder was? natürlich machen meine Base Schaden die machen deine Base tötet alle Zommes das will ich erzählen ja sobald einer sobald einer hinlauft sterben die bist du da und tötest ihn genau ja dann geh was trinken man lassen jetzt mal probieren mit deiner Becher anzumachen wenn du keine Becher ist das kannst du auch kein Schaden mitmachen du bist doch blöd so nicht alles editieren ich bin ja auch ein Blödinger das ist bei mir sind die meisten Fall also kann ich nichts editieren so ich bin jetzt ich bin ich bin die man ich bin in ich bin ein nach der hat das hast du schon gesagt ja um und bekommen bekommen jetzt um nicht da wird hier stehen die nicht instern und noch so an der Woche und ich bin neuner läuft zur Basis sind und tot so Machst du jetzt einfach deine ganzen Plankathon-Story? Hm? Er macht wenigstens Story, die meisten machen das nicht. Er ist wenigstens intelligent, ne? Wer macht Story? Ich mach, ähm, nicht Story, dann mach Story. Ne, es gibt viele Leute, die machen die Story gar nicht durch und... Okay, dann lösch ich dich. Bye-bye. Okay. Ich will mich jetzt löschen, nur weil ich ihn nicht carry will. Ja gut, denn das ist so selber dumm. Ich hab auch gesagt, ich hab dann vorzuschrieben, ich bin nicht dumm, aber... Und du aber? Hab ich halt zu ihm geschrieben, gell? Und dann so, okay, dann lösch ich dich, bye-bye. Okay. Also mich juckt, ich bin dann mich löscht. Also mir ist es egal, er kann mich löschen, aber muss er nicht. Weißt du, er schaut das als Drohung an. Er denkt, du hast Angst, wenn er dich löscht. Das ist in dem Stil, ne? Dabei, äh... Bewirkt er damit genau das Gegenteil, wo er reichen will. Von mir aus er kann man sich löscht. Ich guck jetzt auch die ganze Zeit, ob er mich jetzt löscht, aber er wird mich eh nicht löschen. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. So. So, also von löschen hab ich hier noch gar nichts gesehen. Hallo, löschst du mich. Da ist eine Neuversorgung. Hm? Jetzt wird's wieder laut bei mir. Oha, das Ding leuchtet. Ah, Hilfe! Ah, es war so krank. Was war das gerade? Siehst du meine Augen? Ich sieh sie nicht. Doch, zwei weiße Punkte. Ach, okay, dann gelb halt. Ja, Jason, deine Meinung interessiert, kann also sein leicht in der Ecke. Doch, die Meinung von Tylers Bruder, die würde man wissen. Tiger, als Ohr, die wissen nicht. Ja, genau. Vielleicht auch. Keine Ahnung. Ich will euch schon nicht. Bitte schön, danke Jason. Ich hab' ein Geschenk für dich Jason. Nein, öfters als hundertmal. Ja, ich geh' auch auf. Tschüss. So. Tschüss. 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 Also. Ja. 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 So, ich mach' auch was anderes, ne? Ja. Also ich geh' nicht offline, aber ich mach' was anderes. Dir noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. So. Einmal dies. Und einmal das. Und einmal das. Ich bräuchte nämlich eigentlich Tillybären. Neuversorgung bald. Okay. Ja gut, theoretisch kann ich auch Unterfangenmissionen machen. Ich weiß nicht. ich... Ja gut, stimmt. Wir sind ja ein bisschen hoch, wenn ich hier Hundertvierziger machen würde. Ah. Neuverzogene. Ne... Ne Stadt. Das wär' doch eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht find ich da Tillybären. Vielleicht find ich da Tillybären. Mal schauen. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-all-a-a-a-a. So, was brauche ich denn? Genau. So, Xenon-Bogen habe ich repariert anscheinend. Na, muss noch auswählen welchen Slot ich denn mache. Ja gut, die Waffen sind sonst, also Nahkampfwaffen habe ich hier halt nicht extrem viel speziell. Feuerzeuge, Felsen zerstören, okay. So, ich habe jetzt noch eine W-Bucks-Mission. Sobald das Ding hätte ich untersuchen können. Am Rand des Abgrunds springe ich schon fast runter. Nice. Na, da haben wir noch mal einen. Das können wir hier untersuchen. Ja. So, kommt. Ja, hallo. Ich dachte du musst irgendwas lernen oder so. Hi. Okay. Wie geht's? Ja, normal. So, normal. So, normal. So, normal. Mach ich schon. Ähm. Ja, aber du schaust ja auch meinen Stream, also. Ich weiß nicht. Bye, bye. Ja, nichts dagegen wenn du meinen Stream schaust. Ich finde es einfach lustig wenn Leute sagen, ja ich muss, ich muss auf, ich muss diesen, das machen und schreiben dann trotzdem noch in Livestream. Ja. Mir geht es schlecht. Äh, wieso? Wenn man Fragen darf, ne? Morgen wieder Schule oder, also ich weiß ja nicht wie alt du bist. Ja. Oh, da ist ne Vorratslieferung da irgendwo. Ja. 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 Okay. Das Ding haben wir jetzt, oder? Ja. Das muss ich noch untersuchen. Nein. So. Mein Handy ist gerade runtergefallen in den Schnee und jetzt hat das ein Totalschaden und ich habe kein Ersatzhandy. Äh, das ist natürlich doof. Hm? Ja. Uhh. Ich muss schon sagen, der will das Ding nicht durch so und so, das komischen, schlechten Waffen hier brauche ich nicht. Na gut, ich habe alle möglichen Waffen da eigentlich. Oh, irgendwo hier ist ein Teddybär. Gut. Gut zu wissen. Ich bin zwar nach oben, aber okay, ich habe ihn zerstört, gut. Sonst sind dann hier nix. Na, ich muss zuerst mal die Hühlen hier verkloppen. Ähm, bevor ich den Text lese, bzw. den Nachricht lese, Kommentarlese oder was auch immer. Äh. So. Jetzt muss mein Opa versuchen an zu betteln, dass er, ich ein neues, brauchtes Handy bekommen habe schon eins in Sicht, aber es kostet... Ah, jetzt muss ich meinen Opa versuchen anzubetteln. Achso. Naja. Man muss halt Acht geben auf das, was man hat, ne? Ist natürlich leichter gesagt als getan. Naja, das ist einfach mal positiv. Ähm. Das nächste Mal, wenn du ein Handy hast, wirst du darauf Acht geben, denke ich mal. Also. Dass du daraus sicher lernen kannst. Das meine ich damit. Natürlich ist die momentane Situation sehr bescheuert, aber... Ja. Ändern kannst du das nicht mehr. Moment. Aus der Hand gerutscht, ja. Kann passieren, ne? Was sind Ödlandzonen? Äh. Ja, ein Ödland ist... Also, wenn du nicht weißt, was ein Ödland ist, dann wird es auch schwer. Da müsste theoretisch das stehen. In manchen Zonen steht das wahrscheinlich so als Klammer dazu, beziehungsweise dazu, dass Ödland ist. Also Ödland ist mehr oder weniger... Es ist nicht ne Wüste, aber es ist halt ein Land, wo... Es kommt in die Richtung, sagen wir es mal so. Er muss auf die Keite gucken, ob steht die Zone genau, ja. Ist nicht so schlimm, dass ich hier sterbe. Ja. Ah. Brutal... Was ist brutal? Steinwald... Plänkern... Oder... Muss... Gucken... Ja... Ich hab mir die Klammer nicht. Penish... Hälfte... Und dann... Sammeln 20 Balken in 70er-Plus-Zonen. Dann ist das brutal, ne? Ja, ich schau gerade kurz mal nach dann auf der Karte, ne? Ja, manchmal sind die Aufgaben mal ein bisschen schwer. So, brutal. War nicht das hier? Wüste, Geister, Stadt. Was stand denn da? Was? Ich weiß gerade auch nicht, wie es aussieht, ne? Das war jetzt so ein bisschen die Frage. Was ist denn, wenn du auf die Mission selber gehst? Also es gibt ja hier Aufträge, ne? Und manchmal die Mission. Was cool, bei welchen Aufträge seid? Bist du? Steinwall-Plingeln? Er hat ja gesagt irgendwas mit 70er-Plus-Zonen. Also müsste es ja theoretisch gesehen... Irgendwas hier mit... sein, ne? Oder gibt's den, ähm, Twin Peaks irgendwie? Ne? 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 wie du deine freundin schreibst du also relativ weit weg wohnst du seite 17 3 auf was ist wenn wenn du auf die aufgabe gehst schuld er nicht also macht er nicht automatisch eine ding mission auf nur also ich kann ja hier zum beispiel das nicht machen weil ich ja durch bin aber normalerweise kann man ja drauf gehen oder funktioniert das nicht bei manchen tritt sie leider nicht in kraft aber es gibt eine ritte die überleben mission ja ich weiß es gerade nicht dass er von dem her aber ich würde behaupten dass es nicht die wüsten zonen sind sondern eher wo was ist wenn du einfach eine 70er plus zone nimmst dann geht es nicht oder was so die folge ist jetzt wie nehmen wir denn na gut überlebende retten also nimm scheinbar das ist halt schon länger her wo ich die aufgaben gemacht habe was nicht nicht ausprobieren ja nimmst du einfach eine 70er plus zone und probierst es mal aus ödland kommt eigentlich ne ne ding halt nahe na wüste fast nahe daher ja also ödland ist eigentlich ne ding wo guck bei youtube die aufgabe ein und guck was ja du kannst auch machen das habe ich auch schon mal gemacht weil bei brutal er brutal bei bei den kann ich auch mal nicht weiter bei doch brutal kam ich auch mal nicht weiter diese komischen schutzbunker habe ich eine zeit lang nicht gefunden wo man eine überwachungskamera oder was auch immer finden musste so komm 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 schon näher komm schon näher ups ich mag pommes ich habe keine pommes was bei youtube finde ich irgendwelche drei stunden videos ok wieso musst du dir die mit den ping merken er ist doch das ist sowieso wichtig das ist macht so automatisch dass ich den ping merken muss von seiner bankkarte so der grund wieso ich übrigens eine stadtzone mache ist wegen den teddybären eigentlich nicht wegen der nahkampf ding und überleben mission halt weil die relativ lange geht dass ich zeit habe hier also der tico hier ne ich habe schon länger keine pommes mehr gegessen muss ich einfach sagen hab mir den notiz aufgeschrieben ja aber hoffentlich so dass es nicht jeder entziffern können das kenne ich auch ich habe mal einen neuen ping bekommen gehabt ich wusste es auch nicht gerade auswendig und um mir den zu lernen beziehungsweise merken zu können habe ich mir den dann auch ein bisschen aufgeschrieben auf einen notizzettel aber das ist schon lange her im handy aber ja wenn du meinst muss jeder selber wissen müh er müh ja was die hatte was steht denn die hallo übrigens die mission die habe ich seit ich erwege habe die ganze zeit immer wieder gespielt ja ich kann mir irgendwie in manchen missionen nicht weiter und habe dann einfach nur in die täglichen liebachs missionen gemacht habe meistens diese mission gespielt kann ich dir vielleicht scheuen das wird schwer mit vier spielern die gerade hier in der öffentlichen ding sind außerdem also du kannst mich schon nachher scheuen wenn du willst aber ich mache einfach nur meine tägliche meine drei täglichen die ich von freitag samstag und heute die eine habe ich ja schon hinbekommen du könnt und könntest du vielleicht eine zone machen wo man gold und die waffen ne ich mache eigentlich relativ leichte missionen also nichts was irgendwelchen anspruch gewissen anspruch hat nicht weil ich das jetzt weil es für mich schwer wäre sondern einfach aus prinzip mache ich das so ich wünschte ich könnte ich würde dem typen eigentlich helfen ja 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 ich bin so ich bin da mal bitte schön ich brache nun sind zwar nicht ich will Ich bin Brutal, Seite 12 Aufgebeinst Okay Dass ich noch keine weiteren Teddybären gefunden habe, finde ich eher komisch Natürlich kann man die auch in anderen Zonen als Stadtzonen finden Aber Hauptsache Hundertzehn Also Level, aber du meinst das Ding Level Deutsch Oh, noch Noch neun So, noch acht Noch vier Hmm, noch gut blitz also gut ist natürlich auch wichtig hohes blitzlevel zu haben die die Bären net von und 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 überall ich weiß sind die Gummibären aber Das kommt mir nur in den Sinn, wenn ich hier Teddybären finden muss. Das ist eigentlich das Lustige. Wenn man sie suchen muss, dann findet man sie nicht. Wenn sie nicht braucht, dann findet man sie. Aber das ist doch in allem so, oder nicht? Das Lustige ist, man eher viele Dinge, die ich zum Beispiel als Mission habe, die mache ich gar nicht. Sondern ich joine in ein öffentliches Ding hinein und auf einmal, oh, Mission beendet. Okay, gut. Das ist zum Beispiel Fernseher zu stören. Also die Hälfte macht immer meine Random Mates. Aber du willst mir nicht erzählen, hier gibt es null Teddybären. Ah, hier gibt es fast jeder Zone. Ich bin ja einfach so dämlich, um die zu finden. Gegner in der Nähe. Ja. Ach, die ist schon aktiviert. Okay. Sollen wir die hier? Hm, Stein, was ich nicht brauche. Manchmal sind dann solchen Leuten irgendwie Teddybären, aber heute nicht? Hm? Was? Kult. Eigentlich brauche ich Kupferherz gar nicht. Kann es sein, dass da hinten noch ein Überliebender ist? Oh, ja. Was hat eigentlich die für eine komische Kamera hier? Welche Marke? Sagen wir die Marke. Ja gut, dann halt nicht. Du hast alle gerettet? Du hast noch etwas Zeit übrig. Ah, okay. Nice. So hätte ich das gerne. Und nicht irgendwie Oh, wie schade. So gut wie jede Mission, also viele Missionen, die ich mache, da heißt es immer Oh, wie schade. Also, dass sie überleben, meistens sterben. Selbst in den Missionen, ich meine, ist übrigens am einfachsten, die Metatronen zu töten. Die schießt zwar auf alles, aber egal. Ich sehe halt gar keine Ausrufezeugen, ne? Oh, super. Achso. Ich finde einfach lustig, dass man das trinken kann, ne? Für was? Bitte mit Stein. Ja, genau. Sehr schön. Radar-Türm bauen. Einfach so. Ist Spaß. Aus Langeweile und Spaß. Ja. Und ich weiß, ich habe unten die eine Wand noch nicht hingeplaced. Mach die doch einfach hin. Ja, wir müssen mit Fallen machen. Was für eine Lagermission mit Fallen machen. Oder was ist jetzt genau die Frage an der Lagermission? Oder ist das deine Aufgabe? Das ist eine Lagermission mit Fallen machen musst. So, jetzt werden Thron angezeigt. So, eigentlich kann ich jetzt die Waffe auswählen. Die verwerten wir mal wieder. Ey, das war eine echt treue Waffe, muss ich sagen. Das ist eine Nachkampfwaffe. Die war echt... Die war echt treu. Die hatte ich, ich weiß auch nicht. Oh. Da muss einer anscheinend noch diese Dinge sammeln. Ich habe übrigens den Radarturm aus folgendem Grund gebaut, damit ich nicht mehr 5000er Steine gerade habe. Aber ja. Munition. Übrigens kann ich euch empfehlen, falls ihr mal Schrauben braucht. Haut auf diese Dinge. Beziehungsweise natürlich nicht nur Schrauben, sondern diese Rostigen mit Ranikteile und so dieses Zeug. Natürlich ist es in höheren Zonen kriegt ihr eher was vernünftiges, aber auch eben die Schrauben und Muttern lohnen sich natürlich da. Nein, nein, nein. Ich muss so eine komische Kreide aus Tischen suchen und mache die Aufgabe in einer Lagermission und die Lager bauen ich mit Fallen. Afg. Ach so. Gut. Kann man machen. Ist auch eine Truhe? noch zwei Minuten wenn ich dich da rausholen muss. Yay, Low Waffen. Wollte ich schon immer haben. Und? Geht ja jetzt weiter unten. Sind das was wir werfen. Siebener und Zehner. Nice. Ja gut, die fallen. Die düthlas ich mal. So, gefällt mir das. So, gefällt mir das. Ich brauche einfach so als Unsinn ein bisschen hier. Hui. So. Klingen die wirklich nie Falsche an? Okay. Hi. Wollte einfach mal wissen. Nicht Falsche an kriegen den Hinschuss. Yay. Ach, die Banane sieht aber ein bisschen ramponiert aus. Ach, die Banane sieht aber ein bisschen ramponiert aus. Oh ja, der Ladescreen ist super. Den finde ich ehrlich gesagt sogar schön. Der Heizkessel hier ist auch von Frostknight. So, da haben sie sich Mühe gegeben. Aber den Modus mag ich nicht so. Also er wird relativ schnell langweilig. So, einmal Stimmt, der andere wollte ja eine Mission haben, wo er Gold bekommt. Jetzt habe ich noch eine Einladung bekommen. Ja, schön. Schön, schön. Wie viele Leute sind da nicht wieder... Ah, okay. Einige im Launcher. Ich finde es auch lustig. Meinstens, wenn ich im Launcher bin, ich werde direkt eingeladen. Obwohl ich dann nur vor einer von einem Tag war ohne, okay. Obwohl ich dann eigentlich nur kurz bei Epic Games hineinschaue. Und Fortnite nicht mal auf dem PC. Ich habe ja Fortnite nicht mal mehr auf dem PC. Ich habe Fortnite nur noch mit nur noch auf der PS5. Habe ich es noch auf der PS4? Ich weiß es gar nicht. Könnte es eventuell auch noch sein. Aber die läuft momentan eh gerade nicht. Radartürme bauen. In einer neuen Nahrzone. Das wäre eigentlich auch eine Sache. Machen könnte. Oder erledigen und sammeln. Ne, wir machen einfach eine Neuversorgung in einer 15er-Zone. Vielleicht finde ich ja dann auch irgendwie Teddybären. Wenn nicht, naja egal. Für mich nicht so richtig. Kannst du mir kannst du mit mir Sturmkönig machen? Du meinst MSK oder nur Sturmkönig? MSK kann ich nicht machen. Also der mystische Sturmkönig kann ich nicht machen. Den kriege ich nicht alleine hin. Also da brauche ich selber Hilfe. Sagen wir es mal so. Ich bin da gut im Sterben dort, aber sonst auch nicht. Ungefähr drei Hits bin ich tot. Also kommt natürlich auf das Ding drauf von, aber ich bin auch überhaupt nicht Fan von MSK. So, was müssen wir machen? Bäume fällen, Autos zerstören, Dinge, sowas in der Welt. Zeit für ein wenig wie den E und A. Eisracken und auffüllen. Kannst du es gebrauchen, dann greif zu. Okay, ey. Du hast zehn Minuten, um dir alles zu schnappen, was du brauchen kannst. Aber pass auf, der Sturm kommt immer näher. Sie bescheuert ein Trader hier. Fahrzeuge zerstören, ja. Also ich finde, wer Missionen nicht ernst nimmt oder diese Aufgaben nicht allzu ernst nimmt, der muss auch gar nicht in diese Zone hineingehen. für die Waffen. Ja, schon verstanden, so du das machen willst. Ja, schon verstanden, Was? Noch vier von diesen? Ah, okay. Äh. Okay. Sehr komisch. Ah ja, Felsen haben wir noch können, oder? Ich weiß eigentlich gar nicht, wie viel mal ich hier Entdeckerschlag ausführen können. So ein bisschen kann ich ihn ausführen. Ah, nicht viel mal. Und sieht man ja das graue Ding, ne? Äh, graue, orange mein ich. Grau. Sehr schöne. Schöne Farbe, aber sehr falsch. Ja? Oh, eine Anomalie. Warum heißt es Geisterstadt, wenn es eine Wüste aussieht? Ähm. Weil es eine Stadt hat. Geisterstadt heißt eine verlassene Stadt, ne? Also da wohnt niemand mehr, außerdem jetzt die Hühlen. Aber eine menschenverlassene Stadt Also da will auch niemand mehr wohnen. Deswegen heißt das auch Geisterstadt. Es gibt übrigens auch mal die Aufgabe, dass du manche Dinge in Geisterstadt finden musst, ne? Ja, moin. Ach, das sind nur drei Anomaliesplitter? Okay. Aber das ist doch fünf oder so was. Aber ja, bis so in der niedrigen Zone, ich meine, was soll man da erweiten? Ja, ja. Das macht ich hier auch ich hier gerade. Ja, aber dass du du musst irgendwie gewisse Hühlen oder gewisse Dinge finden in also es gibt noch mehr Aufgaben, wo heißt in Geisterstadt ne? Von dem her. Das meine ich. Oh, die haben Ausrufezeilen. Da gibt's auch Ausrufezeilen. Schauen. Oh, ja, stimmt. Das ist ein Teddybär. Teddybär, hüpfen hier und dort und oder nicht. Mir geht es gut und dir ein Teddybär. Oh, ja, das ist ein Teddybär. Oh, okay. Schön zu hören, dass sie gut geht. Oh. Oh, der Teddybär erwischt. bleiben noch 5 ich habe jetzt halt nicht auf die Ausrufezeiten sonst geachtet so hier bekomme ich irgendwelchen Müll aber egal was ich weiß worum es geht zur folgenden Schule was okay also mir geht es gut ich habe keine Schule was ist Schule klar weiß ich was Schule ist ich habe schon länger keine Schule mehr was spielst du ich normale Steinwaldzone nichts besonderes gerade wie die hier jetzt diese Dinge hochgeht ich versuche eigentlich nur meine tägliche hinzubekommen hier noch irgendwelche Teddybären kaputt machen muss also die letzte tägliche die anderen zwei habe ich schon gemacht weil ich es sonst noch hatte in den letzten paar Tagen wie hast du die 700 geschafft stream das ich habe auch gestreamt ich hätte auch eigentlich mehr oder weniger rdw stream Also ich sag's mal so Die letzten ungefähr 300 Abos Sind dadurch entstanden Man muss halt dranbleiben An dem was man macht Wie haben wir hier Munition verschwenden? Äh, nee Wer sagt denn überhaupt, dass hier noch Äh Noch was ist Ich meine weitere Ausrufezeichen Hab ich jetzt auch gar nicht gefunden Also wird's wahrscheinlich auch gar keine geben Soll ich jetzt mit dem Xenombogen Einfach unsinnig hier in der Gegend Herumschießen Ich mach jetzt noch durch Mir egal, ob Schule ist Na, jetzt was soll ich mir hier hinbauen Ich weiß auch nicht wieso Ich habe sich so ein Abos aber Kennt nicht Passwort Und hab auch schon Passwort Zurück Können Was? Ich weiß, dass er traden will Aber was bringt ihm das Ich will nicht traden Mir bringt das überhaupt nichts Machen wir mal den hier Ich sag's mal so Ich kann nicht gescammt werden Wenn ich hier auch nicht trade In dem Sinne Wiederschauen und reingehauen Das hätte ich hier Genau Naja Aber meine lieben Leute Wie gesagt, letzter Match Jetzt geh ich auch offline Habt einen schönen Abend Macht's gut Und, äh, jo Genießt den Abend noch Tschüss